Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man solche Mosaikfliesen verlegen, schneiden und natürlich anschließend auch verfugen kann. Wenn du Bock da hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem extra Video habe ich schon mal Wandfliesen richtig verlegt und zwischen zwei solchen Fliesen rein jetzt noch einen kleinen Abstand mit so einem Stück von einer Gipskartonplatte hergestellt. Natürlich kannst du zum Beispiel auch eine einfache Holzlatte darunter klemmen und irgendwie am Boden mit weiteren Holzlatten abstützen. Und da möchte ich jetzt einfach mal solche Mosaikfliesen richtig einarbeiten. Natürlich habe ich mir zuvor über diesen Abstand Gedanken gemacht und bei mir beträgt er genau 16 cm. Die 16 cm muss ich jetzt auch noch richtig herschneiden und ich habe bei mir mal gemessen, dass diese Steine hier genau einen Abstand von 15 cm haben. Deswegen kann ich das Ganze auch schon umdringen. Da erkennt man jetzt auch relativ schön das Netz hier hinten drauf. Und ich werde mal genau bei diesen 15 cm das Ganze einfach mit einem Cuttermesser hier hinten durchdringen. Da natürlich am Ende auch noch eine Fuge dementsprechend zu meinen Fliesen vorhanden sein soll. Bevor wir jetzt Wildfliesenkleber auf unsere Wand draufgeben, sollten wir auf jeden Fall mal die Mosaikfliesen noch dementsprechend hinhalten. Bei mir haben die jetzt nämlich eine Stärke von 8 mm und zu meinen Fliesen hier vorne brauche ich somit noch ca. 3 mm Fliesenkleber. Das ist auf jeden Fall vollkommen okay. Das bekomme ich normalerweise mit so einer Zahnkelle, welche eine Zahnung von 4 mm hat. Auf jeden Fall hin, da wenn die Kämmer jetzt noch umfallen, wir normalerweise am Ende 2 mm erhalten. Falls du aber hier zum Beispiel einen größeren Abstand halten solltest du zum Beispiel noch, sagen wir mal, einen Zentimeter Fliesenkleber hier aufbringen müsstest. Dann wäre das einfach zu viel und du würdest deine Mosaikfliesen nie im Leben schön gerade hinbekommen, da sie am Ende sicherlich irgendwie einen kleinen Buckel schlagen werden. Dann sollten wir auf jeden Fall unseren Untergrund noch etwas weiter nach vorne bringen. Und da gibt es im Baumarkt zum Beispiel auch spezielle wasserdichte Bauplatten, die ab einer Stärke von 4 mm beginnen. Die kann man dann zum Beispiel darunter kleben oder wir spachteln das Ganze natürlich auch noch etwas weiter nach vorne. Zum genauen Spachteln hätte ich in meinem Fall mal ein spezielles Werkzeug angefertigt. Dafür habe ich einfach mal eine Fliese hergeschnitten. Diese passt zwischen meinen zwei Fliesenreihen genau rein und ich habe das Ganze zwischen zwei solche Holzbalken reingeklemmt und natürlich auch den Abstand von meiner Fliese zu den Holzbalken dementsprechend eingestellt und danach mit zwei solchen Schrauben fixiert. Und somit könnte ich jetzt einfach Fliesenkleber nämlich auf diese Fläche auftragen und dann mit meinem Spezialwerkzeug ganz einfach auf die richtige Höhe abziehen. Aber wie gesagt, in meinem Fall brauche ich das nicht, weswegen ich jetzt auch schon Fliesenkleber hier drauf geben kann. Am leichtesten geht es wie gesagt mit einer speziellen Zahnkelle, weswegen ich jetzt auch schon einfach mal hier komplett durchgehen kann. Nun die Mosaikfliesen ganz leicht in den Fliesenkleber hineingeben und danach mit einem speziellen Fugbrett festdrücken. Mit diesem können wir die Mosaikfliesen übrigens auch noch leicht verschieben und würde ich das Ganze jetzt nämlich einfach nur mit der Hand bzw. mit meinen Fingern machen, dann würde ich relativ sicher nur einzelne Steine etwas weiter hineindrücken, was natürlich mit so einem großflächigen Fugbrett tausendmal besser geht. Überschüssigen Fliesenkleber sollten wir am besten natürlich gleich immer mit einem Schwamm dementsprechend entfernen. Der stört später nur und jetzt zeige ich euch aber auch noch, wie man zum Beispiel solche Mosaikfliesen hier außen richtig herschneiden kann, wenn man das Ganze zum Beispiel in eine Ecke reinlegen möchte. Entweder du verwendest so einen Winkelschleifer mit einer speziellen Trennscheibe für Fliesen, dann würde ich aber auf jeden Fall darauf achten, dass du bitte nicht hier vorne natürlich deine Mosaikfliesen mit der Hand festhältst und das Ganze dann schneidest. Da lieber zum Beispiel eine zweite Person herholen oder zum Beispiel so eine Holzlatte draufgeben. Die kannst du jetzt natürlich mit Arbeitsschuhen, nicht wie in meinem Fall, dann auch hier ordentlich nämlich festhalten und das Ganze auch schön vorsichtig durchdrennen. Bitte natürlich auch Schutzbrille und Gehörschutz nicht vergessen. Die bessere Methode ist natürlich ganz klar mit so einem speziellen Fliesenschneider. Da kannst du nämlich auch solche kleinen Mosaikfliesen ganz einfach durchdrennen. Deswegen mal vorsichtig den Schneider ansetzen, über die Mosaikfliese drüber gehen und dann dementsprechend auch schon abbrechen. Meinen Fliesenkleber habe ich nach Herstellangaben durchtrocknen lassen und wie man das Ganze jetzt übrigens richtig verfugt, das habe ich auch schon mal ausführlich in einem extra Video gezeigt, weswegen ich es jetzt nur noch mal im Schnelldurchgang mache. Zuerst unsere Fugenmasse ordentlich mit einem Fugbrett am besten in die Fugen hineindrücken. Danach überschüssige Masse diagonal zu den Fugen abziehen, dass wir uns die Fugenmasse jetzt nicht mehr aus den Fugen herausziehen. Und sobald unser Fugenmörtel nach ein paar Minuten schon etwas angedrücken ist, was man an diesem Schleiche oben übrigens relativ gut erkennen kann, dann sollten wir mal mit einem feuchten Schwammbrett das Ganze in Kreisbewegungen vorwaschen. Denn dadurch werden unsere Fugen jetzt noch einmal etwas schöner geformt. Die Fugen schauen super aus, weswegen ich mein Schwammbrett mal wieder sauber gemacht habe und jetzt diagonal zu den Fugen noch über die Mosaikfliesen drüber gehe, um einfach überschüssigen Fugenmörteln noch zu entfernen. Das Schwammbrett hierbei bitte immer mal wieder sauber machen und somit haben wir dann natürlich auch schon solche Mosaikfliesen richtig verlegt und natürlich auch verfugt. Wenn du dir für zu Hause ein Mosaikfliesen, eine Zahnkelle, Fugbrett oder natürlich auch ein Reinigungsset zunehmen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.